Guten Abend, liebe Jungs! Wir sind wieder beim neuen Let's Play, wollte ich schon fast sagen. Ja, es ist kein Let's Play dieser Art, wie wir sehen können, wie in der Titelbeschreibung steht. Ja, Battlefront. Die Open Beta ist vor zwei Tagen, gestern noch vor zwei Tagen gestartet. Durch meine Bambusleitung hat sich das ein bisschen verzögert, dass wir sie nicht runterladen konnten. Und ja, jetzt ist sie hier. Jetzt habe ich sie runtergeladen. So sieht der Startbildschirm aus. Und wie gesagt, Mission ist, wie gesagt, Beta hier noch nicht alles freigeschaltet. Training oder Battles. Survival könnten wir spielen mit hier Survival Waves of Increasingly More Difficult Imperial Forces, Single-Or-Corporation-Action. Also alleine oder mit Verbündeten. Aber wir stürzen das Ding im Multiplayer. Und da will ich auch nicht lange drum herumreden. Ich sage direkt, auf geht's, denke ich immer. Und wir können Dropzone spielen. Das ist mit 16 Leuten halt. Oder hier Walker Assault, das ist mit 40 Leuten. Das ist echt Rambazamba da. Wie gesagt, habe ich mir schon ein paar Gameplays eben angeguckt. Und deswegen, ich freue mich schon so. Und ich weiß gar nicht, was das hier unten ist. Keine Ahnung. Ja, wie wir fangen mit Dropzone an, vielleicht das erstmal kennenzulernen. Ich weiß gar nicht, wie sind jetzt hier im Match reingekommen. So, joining Match. Okay, join. Auf geht's. Kopfhörer anziehen. Ich habe mir auch gar nicht die Steuerung angeguckt. Also dazu kann ich gar nichts sagen. Es ist jetzt einfach, ich hoffe, es passt so vor der Stimme, vor dem Sound. Ich habe keine Probeaufnahme. Ich habe einfach so Bock gehabt, Dreck, mich ins Gefecht zu stürzen und aufzunehmen. Kam gerade noch von der Feier. Habe schon ein paar Bierchen getrunken. Und jetzt schreibe ich eine an. So, okay. Wir haben noch nichts. Okay, wir sind Rebellen. Oh, das ist nicht gut. Unlocks. Earth credits to play in the game. Use the credits to get Blasters, Star Cards and Reality Items. Okay, das kann ich machen. Blasters. Haben wir nur den einen. Okay. Kippen. Kippen. Okay, back. So, hier haben wir noch nichts freigeschaltet. Wie gesagt, das erste Game. Wir haben noch gar nichts. Deswegen, ja. Match started. So, lasst uns das mal nicht überspringen. Activate, escape, pot to start. Ja, okay. Kann ich hier auch anklicken? Start. Oh, gestorben. Okay. Äh, wo duckt man sich denn hier? Drücken wir auf Start einfach. So duckt man sich. Okay. Okay, die Filme mit 1.0. Das hat gerade erst gestartet. Okay, bei mir läuft es soweit flüssig. Ich weiß nicht, wie das gleiche Video läuft. Ich, das schauen wir mal. Wie nimmt man das denn hier ein? Oh, schon wieder tot, ey. Das ist... Äh, ich drücke... Few players, okay. Okay, man kann gedrückt halten. Ich habe irgendwie... Dachte ich wie Einzelschuss. Okay, man kann hier auch überall lang laufen. Das ist ja das Krasse. Boah, da hat manchmal kleine... Okay, den haben wir auch. Jetzt räumen wir hier ein bisschen auf. Ich habe gehört, man kann noch so eine Sniper freischalten. Die soll richtig fett sein. Ich weiß nicht, woher müssen wir potzen. Das ist da ganz dahinten. 80 Meter entfernt. Ich werbe wohl ein bisschen hier auf dem Kampf. Ich habe einfach keinen Plan, woher die Gegner kommen. Oh. Okay, jetzt kommt hier keiner vorbei. Oh, ich habe mich erwischt. Nice. Aber 3-3. Nicht schlecht. Oh, der ist schon ein bisschen weiter gewesen. Boah, die nehmen den wieder ein. Die haben schon zwei Pots. Wir sollten vielleicht... Nicht so auf... Gehe die... Nicht so auf die Kills gehen, sondern vielleicht mehr auf die Punkte saven. Ich weiß nicht, wie das da... Was es mehr Punkte gibt. So, den haben wir ausgeschaltet. Schön auf dem Kopf. Kann ich hier was aufnehmen? Oder... Fall mir den jetzt in den Rücke? Ich hoffe doch. Komm hier. Ne, ich kann nichts aufnehmen. Lost. Ja, schon wieder. Ah, schade. Okay, da ist es. Das ist schön. Na komm. Zeig dich. Oh, das nicht. Ohne Granate. Die haben wir gar nicht gesehen. Aber es macht halt so viel Spaß. Es macht so viel Spaß. Es macht einfach so viel Spaß. Jetzt schon hier rumzulaufen. Ich glaube, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. So, sonst hört ihr mich gar nicht. Egal. Die haben dich schon wieder eingenommen, ey. Unvorstellbar. Okay, auf geht's. Auf im Kampf. Okay, ich hab's eingenommen. Und dann kam einer mit der Schrotflinte oder was auch immer da hinten. Oh, ich bin voll jetzt abgerutscht. Äh, was? Warum das denn? Warum? Partner? Partner. Ah, Partner Start. Muss er machen. Die haben alle schon Fähigkeiten und Booster. Nicht einfach gar nix. Und ich weiß gar nicht, woher die kommen. Das gehört auch dazu. Ich weiß einfach nicht, woher die kommen. Oh, wo kommt der denn her? Hackers und Snickers. Guck, wir haben hier einen bekannten, vielleicht Sacharaz, habe ich gesehen. Der zockt das gerne, aber leider jetzt nicht dabei. Auf zum Pott. Und alles abschießen, was weiß ist. Also hier ist Stormtrooper. Die Imperialen. Die haben sich schon wieder eingenommen, ey. Also irgendwie hab ich das gefasst mit dem Stormtrooper. Oh, direkt tot. Hitshot oder? Keine Ahnung. Dreck erwischt, ey. Gar keine Chance gehabt, ey. 1 zu 3 steht's noch 2 Minuten. Ich weiß nicht, wie lang so ein Pott immer aktiv bleibt. Wo ist der denn? Ah, warum zoome ich da ran, ey? Oh mein Gott, ich rutsche ab. 4 zu 8. Aber das ist echt. Blasters. Okay. Hands. Partner. Ja, ich kann auf jeden Fall gar nix nehmen. Okay, der regeneriert sich. Was? Wie kann er denn weglaufen? Okay, wir haben 2, 3. Okay, jetzt den letzten Pott müssen wir uns holen. Naja. Wo ist der? Ah, hinter mir. Von überall, aber von da oben. Oh Gott, ey. Aber es läuft auch ganz gut, würde ich sagen. Boah. Komm, Defensive Pott. Defensive Pott. Wir haben ihn doch. Wo ist er? Nimm ihn ein. Nein. Jetzt, nein. Jetzt haben wir über verloren, den scheiß Pott. Ah, schade. 25 Sekunden, okay. Hat er mich noch erwischt? Das ist was, das DH-17 Blaster. Okay, wir haben das alles leider noch nicht, ey. Den haben wir uns auch nochmal gekarlt. We let that escape Pott shawl into imperial hands. Alter. Ah, diese Sniper, das Cycler Riffer. Die ist, die ist, äh, die ist One-Shot-Kill. Also das ist richtig krass bei der. Ah, gut, vierter. Ach, zwölf. Ja, gut. Dafür, dass wir erstmal gezockt haben. Modes, Modes Defended. Okay, der ist Hardcore gewesen. Wir warten erstmal mit der kleineren Karte. Bevor wir dann später mit, ähm, mit dem Asselt Walker machen. Das machen wir vielleicht, äh, in der nächsten, ähm, wie sag mal, in der nächsten Aufnahme. Ja, ich freu mich. Six for playing the beat of Star Wars Battlefront. Ja, sehr gerne. Ich hab's mir, ich würde's mir eigentlich vorbestellen. Kann noch nicht dazu. So, kommt jetzt die Rückrunde, oder war's das dann schon? Oh, wir warten mal ab. Weil eigentlich hab ich massive Internetprobleme. Das, also ich hab so einen WLAN-Adapter. Normalerweise in, äh, Unlock, Equipment, Customized. Okay. Äh, Blasters. Ja, okay. Equipped. Okay, Equipped, der ist weg. Äh, auch nix. Okay, wir haben, Wir können uns den mal kaufen. Hand. Ah, muss dann so reinziehen. Okay. Dann mal drinnen. Okay. Match startet. Oh, die legen schon wieder los. Partner start. Ich starte ja natürlich an den besten Punkt überhaupt. Sterbe als erster. Ich muss jetzt wieder völlig neu orientieren, wo die Gegner herkommen. Alter, was treffen die denn? Ah, ich zeige dir das. Okay. Wir haben, Wir haben auf eins, können wir Granate werfen. Auf eins können wir Granate werfen, okay. Muss ich mal ein bisschen mehr können. Schleichen uns mal hier ein bisschen an der Seite. Was heißt, anschleichen? Oh, dieser Jetpack der werkt. Oh, Headshot. Oh, was du jetzt? Oh, you're dead. Man kann auch runterfallen und sterben. So viel dazu. Okay, das ist ja halt wie Hügelkönig. Wenn ihr es aus Halo kennt, so Hügelkönig mäßig. Also Situation halten, einnehmen, warten, bis das nächste erscheint. Und so ist das hier ungefähr. Oh, der hat 69 Leben noch gehabt. Ich hab die ganze Zeit getötet, angeschossen, was auch immer. Ach, neben uns. Ja, das ist natürlich ein Personal Shield. Okay, als Stormtrooper komme ich noch nicht so klar. Ich will erstmal voll die Orientierung kriegen von den Karten halt. Also... Oh, kein Gekillt. Ja, das ist auch Gewinnungssache, dass man die Granaten ja jedes Mal spammen kann in dem Sinn. Also, die haben... Warte, 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 warte. Was war das denn jetzt? Boxen-Mutant. Okay. Alter, diese... Diese Riffel, ey. Diese Cycler-Riffel, ey. One-Shot-Kill, ey. Die ist schon ein bisschen am Sack. Die ist schon ein bisschen OP, muss man sagen. 3-8, ey. Warum haben wir gerade nicht als Rebellen gewonnen? Da haben wir natürlich verloren. Weil ich jetzt im Team bin. Oh, oh, oh. Oh, fuck, wie komm ich da raus? Ja, toll. Was ist das? Ich komm hier nicht raus. Ich komm da nicht raus. You killed me so raus. Ja, die Statistik, die geht schon da runter. So, wo müssen wir denn hin? Was war das denn schon? Was ist diese Bombe? Okay, da darf man nicht reinfallen, diese Löcher. Dann machen wir das jetzt mal. Hä? Ja, man sollte sich umdrehen, um zu gucken, wo die Gegner herkommen. Okay, jetzt kommen die von der Ecke hier. Da war ich eben auch gewesen. Das heißt, normalerweise kommen die von der Ecke hier so durch. Oh, man muss, okay, sehr wichtig, Deckung immer suchen. Deckung, Deckung, Deckung. Dass sonst, wenn man so offen da stehen bleibt. Nein, ich bin nicht mehr da einfach. Wenn man offen stehen bleibt. Was, was? Alter. Da sind die, die haben ja schon wieder den ganzen Pot eingenommen. Ich glaub, es hakt hier. So. Okay, die Runde läuft. Ich will mal eine Granate draufwerfen. Okay, 160, das ist noch ein bisschen zu weit. Was ist das hier? Können wir hier was einnehmen? Wie geht das? Das sind so Pa... Na, last. 3-0, nein. 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 Okay, man kann einfach rausjumpen. Oh, Gott, ey. Diese Blaster, die sind gut. Unerwartet gut. Zu gut, ey. So. Du tötest nicht meinen Kameraden. Oh, ich spiele doch 3 gegen 7. Das ist natürlich wunderbar. So, wir spielen 3 gegen 7. Boah, diese... Diese... Ah... Farfite Band. Ich will gar nicht dazu gedeckt. Ich will das jetzt als Ende spielen. Nach 2 Minuten geht's. Gut, wir werden jetzt auch winnen, weil wir... Ja, 3 gegen 7 einfach nur. Und ich laufe natürlich von meinen Verbündeten weg. Die 2 haben wir mal weggenutzt. Boah, ich muss bis... Okay, ich weiß nicht, wo die Gegner herkommen. Äh, ich muss gerade in der Nase jucken. So, okay. Weiter geht's. Boah, schade. Den hätten wir vielleicht noch bekommen. Aber 8-16, ja. Hälfte, Hälfte, aber 3 gegen 16. Ist halt so. Ja. Rücklauf. Oh, gut. Matchbonus. Ah, ja, ganz. Ah, so wird das umgerechnet. Die Credits zum Geld, oder wie man es sagen kann. Ja. Und ich glaube, jetzt haben wir zwei rumgemacht. Ich glaube, einmal Rebell, einmal Imperio. Ich glaube, dann ist eine Runde zu Ende. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da gucken wir einfach mal, bis es zu Ende lädt. Aber, ja, ähm, das macht einfach Bock. Also, bei Origin schnell anmelden und runterladen. Hat nur so 11 GB. Dauert ein bisschen. Ähm. Ich gehe mir jetzt gerade raus. Quiet. Oh, Darth Vader. Ich will jetzt spielen. Ah, 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 ah. Ja, ja, ja. So. Jetzt sind wir wieder auf dem Titelbildschirm. Ja. Da haben wir zwei Matchen, oder was heißt, ein Match gemacht auf beiden Seiten. Diese Dropzone. Ich denke mal, als nächstes probiert man ja Walker Assault aus. Und schauen wir, wie es da läuft. Ja. Wenn es euch gefallen hat, so wie mir, dann lasst doch einfach eine Bewertung da. Einen Daumen nach oben am besten Abonnement. Ich glaube, ich mache in den nächsten Tagen noch weitere Videos von Battlefront. Ähm. Ihr seid ja eigentlich auf meinem Kanal wegen Farming Simulator. Davon, ja, ich habe erstmal ein bisschen Ruhe vom Landleben. Ich muss mich erstmal in Action stürzen. Deswegen, es kommt auch bald noch ein anderes Spiel, was ich mir gerade gekauft habe. Da freut ihr euch mit drauf. Es ist Survival-Game-artig. Und, ähm, wie gesagt, restliche Sachen findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut einfach rein. Einfach aufklicken. Entschuldigung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.